Hallo, wir sind zurück live bei Siedler 1, nein, live ist es ja leider nicht, äh, bei der Mission 6 und beim 45. Part, das bedeutet, wir haben noch einige Parts vor uns, ist noch lang nicht gespielt und wir machen uns gleich hier oben bereit, dass der andere keine Luft mehr kriegt in die Richtung, weil wir so keinen Fuß setzen können. Was natürlich richtig geil wäre, wenn wir hier oben anschließen könnten, dann wäre es natürlich rein vom logistischen her nicht schlecht, deswegen werde ich auch gleich dafür sorgen, dass ich hier weiterbaue. Und ich denke auch, wird so klappen, der wird sich jetzt hier noch ein bisschen breit machen. Na komm, lauf runter. Ich hoffe, dass ich es schaffe, dann muss ich nämlich gleich in die Richtung hochgehen. Dann hätte ich eine Verbindung, aber ich komplett einmal über die Karte verbunden. Neues Gebäude besetzt. Sehr gut. So, hier kommen ja schon die nächsten Soldaten hochgelaufen. Ja, das war klar, dass er hier so weit geht. Wir haben trotzdem nochmal Platz für eins. Ha, wäre doch gelacht. So, hier oben. Schön, wir haben hier ein bisschen was abgerissen hier. Und wir haben sogar den Weg abgeschnitten zu seiner Hütte. Das muss jetzt erst mal raffen. Ach, Verbindungen brauchen wir noch. So, da könnte man mich direkt von hier drüber, das wäre natürlich richtig nice. So, wir haben hier auch noch eine kleine Steinwitzhütte. Ich denke mal, hier werden sie... Oh. Die wollen mich rüber drücken. Hm. Das ist natürlich schlecht. Ich hoffe, die schaffen es nicht, dass sie mich wegdrücken. Welche Richtung soll ich denn noch bauen? Ah, in die könnte ich noch gehen. Ja. In die Richtung noch wäre schön. Oh. Burm. Oh. Um. Ah, du-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Neues Gebäude besetzt. Jawohl. Sehr schön. Ich glaub, was für schön war, rücken wir auch gleich noch ein bisschen in die Richtung vor. Halt. Doch, daher. Äh, direkt runter bauen. Geradeaus hin. Zuck. Gebäude besetzt. Wir haben ihm dadurch eins abgerissen. Dann bauen wir hier noch eins her und hier. So, schön ran bauen. Da können wir dann auch später gleich mal noch das Holz wegschlagen. Halt. Einmal da runter. Auch die Wüste werden wir ein bisschen nutzen, aber als Verbindungswege können wir auch jetzt schon eigentlich gleich mal machen, weil dort wird da sowieso nichts gebraucht. So, Land verloren durch den... Angrenzend... Ah, aha, 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 na sowas aber auch. Was aber nicht abgemacht. Na, warte. Lass ich mir natürlich nicht nehmen. Ja. Oh, ich muss schneller bauen. Die machen mir hier langsam zu. Sonst schaff ich's nicht. Hier unten soll da mal ein bisschen was laufen. Hier oben wär's schön viel Platz. Für ein bisschen Industrie nachher. Da werden wir alles wegholzen und hauen unsere Waffenproduktion hin und unsere Gold schmelzen, wenn's hier irgendwo Gold gibt. Das sehen wir dann. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir hier entlang gehen. Oh, der macht sich auch da oben hin breit. Wo ist mein Arbeiter? Ach, sie arbeiten hier schon kräftig. Bis jetzt machte ich hier nichts. Stein kommt auch schon. Noch haben wir noch... Das meiste haben wir ja. Ich hoffe, ich schaff das. Bevor die hier oben ankommt. Hier kommt auch schon Baumaterial. Stein fehlt, Stein, 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 Leute. Nein, nicht hoch. Wir müssten in die Richtung. Scheiße, verdammt. Hier könnten wir auch noch ein paar Zwischenwege setzen. Und hier können wir noch ein bisschen Stein abbauen, dass der nicht im Weg rumsteht. Gebäude besetzt, jawohl. Sehr gut. Gehen wir gleich weiter. Ja. 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 So, Geologen. Ja, kommen wir auch gleich mal raus. Wir wollen ja wissen, was es hier zu holen gibt. Ja. Der eine bringt es, der andere liefert es wieder weg. Das ist auch dämlich. So, die Armee kommt. Ja. Und schwuppdiwupp. Geh, wird ein bisschen Land uns. Hier kann man leider nichts machen hier runter. Scheiße. Das einzigste, was wir jetzt noch machen könnten, wäre dann hier hoch. Ah. Wir müssen ja außen rum. Hier. Ja. Oh, los. Ja. Ja. Der wird wahrscheinlich schneller fertig sein als wir. Ja. 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 Wir haben 25 Soldaten schon vorbereitet, zur freien Verfügung, wo in der Burg trainieren können. Ja. 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 kommen ja auch schon die nächsten gold ja schön muss ich gucken dass es gleich für mich einnehmen hier weil da kommt auch schon der drecksack komm schon schneller der baut auch schon wieder hier gebäude besetzt ja 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 Oh, die sollten mal ein bisschen schneller arbeiten. So wie es aussieht, war ich einfach zu langsam. Wäre auch zu schön gewesen. Hier gibt es ganz viel Gold. Der kommt schon zum Erweitern vom Gebiet. Ach, mein Stuhl, der knarscht. Wow, er grenzt an, das ist jetzt natürlich blöd. Jetzt bleibt mir nur noch eine Möglichkeit, und zwar von oben heran an der Grenze entlang zu bauen. Natürlich wollen wir auch noch ein bisschen Berg hier oben haben. War wohl zu nah. Zu nah und ich eigentlich... Ach, das war der hier unten. Nein, in die Richtung hin. Na komm. So wollte ich eigentlich. So. Oh ja. Ochel. Auf jeden Fall. So ist er noch nicht so schön. So ist er noch da. so da können wir aber noch und ich könnte uns hier miteinander verbinden ich brauche gar nicht da hoch das wäre natürlich auch schon was hätte ich hier so einen kompletten durchgang für mich so durch den berg hier das machen wir natürlich gleich über die wüste geht zwar länger zum durchlatschen aber wir haben später die möglichkeit hier größere gebäude zu bauen und ich verbinde das natürlich noch durch die wüste durch hat ja einen vorteil die stimmten für den wegebau ja 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 so hier so durch wollte ich mal hier weiter einmal hier halt ich wollte doch wegen dem berg die rohstoffe abziehen hier und einmal die richtung am berg so 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 gut sehr gut besitzt auch nochmal ich hoffe ja dass die jetzt ziemlich schnell hier den scheiß hoch kriegen so jetzt habe ich langsam genug platz und kann anfangen mit versorgung von holz etc dafür reißen wir den hier gerade mal ab brauchen wir nicht mehr den hier brauche ich auch nicht mehr oder rote nur ab ne ich glaube das ist ja der oder ja der macht das auch selber noch fertig hier reißen wir die gebäude gleich mal ab alle wieder gebäude besetzt gut ja oh die ist auch schon fertig cool das ist ja nicht schlecht durch den hier haben wir hier vielleicht nochmal die chance jawoll wir haben die chance dass wir uns hier erweitern und wenn wir mal hier sind dann können wir auch gleich mal ein paar archäologen rausschicken und schauen was es hier eigentlich schönes für uns noch gibt ich bin genau scherz ich 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 Oh, hier fehlen noch ein paar Soldaten. Ja, wo sind sie denn? Ja, jetzt kommen sie. So, hier war Gold. Schauen wir, was wir hier noch finden. Dann schicken wir hier noch mal einen raus und da noch einen. Und hier noch einen. Dann hier hinten noch ein paar. Und hier noch einen. Das war's. Die ist auch noch einiger. Aber es ist auch einiger. Okay, danke. Hey, ichuen Sie, ichi. Wir acheten noch einiger. Ich habe mehr als Sie, ichi. Und hier sehe ich noch einiger. Material ist Hammer, Holz, Hammer noch, Kohlehammer, dann würde ich sagen, irgendwo müssen wir ja auch abholzen ein bisschen, hier machen wir glaube ich so ein bisschen so die Holzproduktion hier oben. Ja, dann mache ich nämlich hier ein Forschhaus in die Mitte und drumherum setze ich Holzverlötchen. Einmal, der ist schon verbunden, zweimal. Ein Granit. Okay, da kommt man ja ziemlich nah. Und noch ein Holzverlötchen stellen wir hier her. So, das ist nicht reich. Jetzt können wir auch gleich die Sägerei hier irgendwo hinstellen, dass es gleich verarbeitet wird. Die können wir hier her. Ja. Perfekt. Ja. Ja. Die können wir abreißen. Ja. Die müssen wir hier. Die können wir hier. Die müssen wir hier. Die müssen wir hier weiter. Ja. Das ist der Fall. mal tun. So. In dem Fall sieht man sich dann im nächsten Part. Ciao.